Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten Video von Minecraft Rising 2. Mit dabei ist die liebe Knoa. Moin! Jo, und zwar ist es jetzt der zweite Anlauf vom Projekt Minecraft Rising 2. Ich werde wahrscheinlich im Video meine Maus spackt rum. Alter Maushau. Disconnect einfach, wenn es überhaupt nicht geht. Okay, 20 Sekunden bis zum Start. Ich werde im Video noch ein bisschen was dazu sagen. Wir wollen auf jeden Fall diese Runde nur einfach überleben. Also diese Folge. Ja. Okay, good luck, Noah. Ja, ja. Rechte nicht für mich stehen jeweils Bates. Das ist richtig geil. Meine Maus backt. Dann geh einfach offline. Okay, einfach nur wegrennen. Oh Gott, nicht lang. Wo lang? Ja, übers Wasser. Das ist scheiße, aber... Ja, oder mit Smokkel. Oh, den Baum oder den Baum? Nee, lass weiterlaufen. Lass hier links an den Beinen vorbeilaufen. Oh Gott, die holen sich einen Baum. Ja, lass weg, lass laufen. Oh Gott, Panda hat mich gebrochen. Lauf, lauf einfach. Ja, Alter, wenn ich durch Panda sterbe, weine ich. Oha. Oh, boff, die in der ersten Folge tot. Rip. Toni, du musst... Wir müssen irgendwie einfach unter die Erde jetzt schon. Ey, ich verkämpfe mich auch, keine Ahnung, wie lange unter der Erde. Lass einfach erstmal noch weiterlaufen, komm. Ja, natürlich. Wo darfst du dann da lang? Hier lang. Wechsel mal die Seite, wechsel mal die Seite. Okay. Okay. Ich gehe aber... Aber irgendwie... Ja, okay. Alter, es leckt halt. Ich bin mir leckt zu null. Du fliegst bei mir, also du, so, gell? Wo bist du hin? Ich bin nach links vorne. Links vorne zu diesem Fluss. Ich baue hier schon mal Holzer. Okay, 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 okay. Bin hinter dir. Die sind hinter uns, die sind hinter uns. Komm, komm, komm. Wir müssen weg. Wo genau? Hin und direkt hinter uns. Ungefähr 50 Blöcke. Ja, scheiße. Komm. Wollen wir Bäume bauen oder nicht? Ich habe ein Holz. Nein. Okay, gut. Dann laufen wir. Lecker halt des Todes, gell? Oh, Sparex, rip. Ja, scheiße. Ich... Komm. Kommst du? Leg es runter. Ja, ja. Geh mal nach, geh mal weiter nach. Keine Ahnung, da so. Wir verlieren auf jeden Fall kein Essen. Das ist schon mal klar. Aber irgendwie. Der ist wahrscheinlich wieder auf friedlich eingestellt ist. Achtung, Cave. Achtung. Ja, wir haben halt das Problem. Die haben die Schwerter, wir nicht. Ey, ich renne damit. Oh, scheiße. Ich habe Schaden. Also okay. Dschungel, hier können wir uns vercampen da drin. Komm mit in den Dschungel. Ja, ich sehe halt keinen hinter uns. Wo willst du dich denn da vercampen? Ja, okay. Okay, lass erstmal... Lass hier erstmal... Äh... Bäume holen, oder? Die sind... Nein, Toni, guck. Die müssen da hinter uns sein. Guck. Ich guck die ganze Zeit in den F5. Sneak mal. Sneak mal. Also Namen sehe ich auf jeden Fall da hinten nicht. Guck du, ich baue ein bisschen ab. Alter, bin ich aufgeregt, wie scheiße, ey. Toni, können wir mal sneakt hier weiter gehen? Wo bist du? Toni, lauf mal bitte weiter hier rein. Bist du? Ja, ich sehe dich. Lass die Schweine links mitnehmen. Lass unbedingt die Schweine mit links mitnehmen. Die brauchen wir. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Nein, oder? Lass dich ja Toni, komm mal her. Hast du schon ein Schwert? Ne, habe ich nicht. Hier. Danke. Das war kein Schwert, das ist ein Schwert. Ich habe ein Schwert, alles gut. Ja, komm mit. Oh nein, mein Schwert ist weggebracht. Ja, komm wieder her. Hast du die Schweine mitgenommen? Mache ich jetzt. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Auf keinen Fall, falls du jemanden sehen, nicht die Schwerter zeigen. Lass weiter durch den Dschungel jetzt, komm. Warte, ich bin direkt bei dir. Wir kriegen in der ersten Folge keinen Hunger, das ist klar. Warte mal kurz, Toni. Du hast, komm mal kurz her. Komm mal mit hier runter. Bau mal hier dir zwei Loks noch ab von dem Baum, sodass es nicht auffällt. Und dann müssen wir erst damit ganz wenig haushalten. Oder machen wir drei Loks oder so. Boah, ich habe so Angst, dass die hinter uns sind. Hast du Loks? Ich habe einen Lok, zwei. Okay, komm mit. Wo bist du? Ich habe einen Fehler gemacht. Komm mal hier rüber. Warte. Geh weg. Aus mir raus. Warte, komm mal mit hier kurz. Wir nehmen den Baum hier. Sneak bitte. Ja, ich sneak bitte. Oh nein, es leckt. Nee, also bei mir läuft alles schlüssig. Okay, jetzt kann ich. Toni, geh mal hier runter. Toni, geh runter. Bau bitte ein bisschen die Erde ab. Rechts von mir. Leck, sodass ich reinkommen kann. Komm. Ich muss kurz ensnigen. Ach, mach Eier. Ich sehe um uns herum erstmal keine Namen. Okay. Okay. So, wir machen die Erde. Ah, es leckt. Ja, es leckt. Ist okay, gib mir die Erde. Oh ne, du hast sie da. Wichtigste ist hier, alles ab, alles mitnehmen. Ich weiß, es ist jetzt Pussy Mode. Norm. Es ist uns egal. Äh, Benni und Panda waren richtig nah neben uns. Äh, Panda, Panda und Smog. Hast du noch Erde? Nee, habt ihr alles getroppt. Gib mir Stein. Erstmal ein bisschen. Oh, sorry. Du hast ihn wieder eingesammelt. Weg hinter dir. Ist die Werkbank? Ja, ja, mir ist es jetzt auch tatsächlich erstmal komplett egal. Also wie gesagt, Panda hat mich geboxt. Ich hab ihn gespürt. Ja, okay. Heute funktioniert auf jeden Fall auch das Plugin. Wir können jetzt schon mal drüber reden. Ähm, wir nehmen diese Folge hier gerade. Geh mal bitte erstmal was. Wir nehmen die Folge gerade eine Woche später auf, als es eigentlich starten sollte. Ach so. Ja. Ja. Und ihr seht das Video auch eine Woche. Kannst du mir schnell auch ne... Mach dir mal... Kannst du mir mal ne Steinpicke machen oder ne Picke? Mach dir ne Steinpicke und mir die Holzpicke. Alter. Junge, weißt du wie meine Maus grad rumbackt? Das ist richtig beschissen. Oh, na ja. Wie viel Schweinefleisch hast du? Sieben. Sieben? Ja. Ist okay. Sind wir schon mal das erste Eisen? Jo. Kannst du nochmal schnell Stein droppen? Sofort. Und die ganze Zeit durchsneaken. Ich sneak die ganze Zeit durch. Ich bin ein Profi im Sneaken. Jo. An den Regeln ist eigentlich nicht zu viel zu sagen. Es ist eigentlich genauso wie Varro 4. Von den Regeln her, auch von den Aufnahmezeiten her. Ja. Ähm. Ich... Hast du... Hast du Koordinaten an? Ich hab keine an, ne. Warte, ich mach mal kurz an. Gesinnhöhe 49. 48. Hast du grad was geplaced? Äh, jaja. Gib mir mal schnell Stein. Oder warte, ich mach's selbst. Ich würd's mir selber. Ja. Könntest du mir mal bitte mal provisorisch schon mal ein Steinschwert machen? Ja, können ich uns beiden machen, rein theoretisch. Hast du Holz? Oder wie viel? Ich hab noch... Sieben. Du solltest ja rein theoretisch so viele Loks gemacht haben. Äh, wie viel hast du hier abgebaut? Vier. Insgesamt. Naja, genau wie ich. Also ich hab drei abgebaut. Ich vercrafte jetzt... Ich mach jetzt erstmal alles zu Sticks bei mir, gell? Jo. Ich hab jetzt 21 Sticks. Also die Anspannung ist schon echt krass, muss man wirklich jetzt mal sagen. Ich sag mal so, jetzt geht's eigentlich. Es hätte schlimmer ausgehen können mit Smog. Und vor allem mit Smog, weil der hat ja schon einen Baum abgebaut und ja. Panda teamt er nicht mit Smog, oder? Doch, doch. Ach, doch! Ne, ne, der hat aber grad erst angefangen abzubauen, aber Panda hat mich geknutscht. Also... Ja. Ähm, Toni? Ja. Warte mal ganz kurz auf mich. Warte kurz auf mich. Warte auf mich. Stopp. Ist das jetzt schon Toni? Ja. Hier. Welche Höhe? Worte Höhe? 27. Lass mich jetzt auch mal hier ein bisschen buddeln. Ich will nicht mal nur hinten herin. Ich baue einfach mal mit. Mach gut schon mal einen Ofen, bitte. Jo. Ja, wir brauchen das vielleicht dann eigentlich schon in der nächsten Folge gebraten. Hast du Kohle? Ich hab nur eine. Ich hab vier Kohle mitgenommen. Und wir bräuchten am besten vielleicht auch für meistens so 21, wir gehen noch für 13. Ja. Also ich geh... Ja. Ja, ja. Ich hab schon 16 Eisen. Ja. Das ist gut. Wir müssen halt sofort, wenn wir unten sind, mal blazen die Ölfen und craften. Also hier. Ich hätte auf jeden Fall gerne ein Eisenschwert. Und ja, übrigens, ich spiel mit dem Default Texture Pack, weil ähm... Keine Ahnung warum. Bau die Werkbank bitte wieder ab. Jo. Ähm, ich spiel übrigens mit meinem Texture Pack. Kann ich nicht verlinken, weil ich nicht die Rechte an den Texturen hab, weil manche davon von... vom Z... äh, vom Zickzack V7 sind. Ähm, hier. Hier, das ist die richtige Höhe. Auf Höhe 11, oder? Ja, ja. Kommst du runter? Ja. Ich bring noch alles mit. Ich brauch die Werkbank. Oh Gott. Ich würde auf so einen Fall der Fälle sagen... Gut gekämpft. So, ich bin bei dir. Moin. Jo, knall die mal hier irgendwo rein. Machen wir überall so ein bisschen rein. Ich hab hier in die vier Öfen, hab ich jeweils eine Kohle rein, also nur Teile auf. Oh, sehr. Ähm. Und ja. Ich finde, es gibt auch einen Bot in der Konfi, der uns immer sagt, wenn wir aufnehmen wäre eigentlich auch ganz cool. Ja. Und ja, an sich ist jetzt erstmal wirklich nur... Aber ich muss schon sagen, ich kann eigentlich die Koordinaten wieder ausmachen. Ich bin erstmal glücklich, dass wir überlebt haben. Ja. Redstone. Gönn mal zwei Sticks, bitte. Ne, ich geb mir einfach die Rette. Auch gut. Ich geh mal kurz beim Redstone gucken, ob da vielleicht sowas ist, was ich die auch nennt. Äh, hier. Jo, danke. Ja, ich hab ja schon mal mit ein paar anderen Leuten ein wahres Projekt gespielt. Ein kleineres, unbekannteres. Ähm, da bin ich in der ersten Folge an Lava gestorben. Ja, du bist ja auch... Naja, Toni halt. Das ist aber auch ein Server-Lag. Aber gut. Okay, Leute, ich will sagen, hier bei denen sind definitiv keine Lias. Schade eigentlich. Was auch richtig belastend ist, ich hab nur zwei Zuckerrohr. Ne, anpflanzen. Ja, könnten wir auch stimmen. Das soll ja nicht unser Problem sein. Also das ist ja immerhin schon mal was. Oh, mit der Fallschirmpickler ab. So, ich mach... Willst du ein Wassereimer haben? Ne, am liebsten hätte ich gerne erstmal ein Rüstungsteil, ohne Scheiß. Schuhe, okay. Und wenn's nur... Wollte ich was sagen, wenn's nur die Schuhe sind. Ja, gönn dir. Hast du auch schon ne Picke gemacht? Denk an die Picke. Ah, das hab ich nicht gemacht, Ser. Ich hab die Schuhe halt nicht eingesammelt. Ich fühl mich unsicher irgendwie, keine Ahnung. Ach, Quatschi. Komm, gönn wir noch ein bisschen Eisen hier, liebe Cave. GG. Oh Gott, ich krieg Hunger. Ja. Ja, stimmt. Ich auch. Hat mir durchaus ein bisschen Angst. Wir haben sie, okay. Ich würd sagen, wollen wir dann in der nächsten Folge hochgehen, oder? Also ja, keine Ahnung. Wir lassen das mal gucken, wann wir die nächste Folge aufnehmen und so. Sowieso. Also ich weiß nicht. Ich würd's erstmal überwachen, übergucken, so wie das jetzt läuft. Wir haben eine ganze Woche Zeit für die drei Aufnahmen. Genau. Also wir müssen bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das erste Video schaut, müssen wir drei Videos aufgenommen haben. Ja. Würde denke ich mal alles geklappt haben. Also du hast jetzt das ganze Essen rausgenommen? Ja. Ja, das ist sehr nett von dir, Toni. Sieben Stück haben wir. Ja, ich hätte gerne auch was. Also... Wo bist denn du? Ja, ich bin weg von dir. Ja. Schmeckt von dir. Das ganze Essen genommen. Ja, das kommt dann gleich. Habt ihr? Gegeben. Das trug das aber nicht von dir. Ja, vor allen Dingen eins weniger, ja. Ich geb dir ein Stück mehr als ich habe und du tischst mir eiskalt ein Fleisch. Wie viel, wie viel Essensball, wie viel Essensball empfehlen ihr? Ja. Kann man Lapis mit Stein abbauen? Ja. Ja. Ich glaub. Ja, so wird ein Lapis. Toni. Nice. Komm. Eisen wäre halt jetzt mal noch ziemlich nice. Oder ne Cave. Ja, gut. Ja, hä, wir spielen eigentlich im... Wir spielen aber im Hardcore-Modus. Ja. Keine Ahnung, warum wir kein Essen verloren haben. Na, das kann sein, dass das wieder eingestellt wurde oder umgestellt wurde. Eine Konsole war auch beim ersten so. Ja, gut. Mich soll es nicht stören. Ja. Freulich. Okay, zwei Minuten noch für die erste Folge. Das ist vollkommen. Ich gucke mal ein bisschen im R5-Modus und so, ob jemand hinter dir rumrennt oder so. Ach du. Ich vermute, also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt noch irgendjemand hinter uns ist. So blöd wie es klingt. Ah, keine Ahnung. Ich denke, wir sind jetzt hier erstmal durchaus safe. Ich finde halt auch nichts, ne? Ich hab Lapis. Ein halbes. Ich will Lava. Ja. Okay, geh weg da. Ist du blöd? Ich fühle mich ohne Wasser unsicher. Ja. Du störst wahrscheinlich auch an einem Creeper im ORC an, oder? Nee. Oh, okay. Ich geh straight auf die Lava zu, Mann. Ich mache halt einen riesigen Strip mein Gang und finde einfach nichts. Ja, du musst auch rechts in die Seiten und so, gell? Ja. Ja, ich weiß. Okay, eine Minute haben wir noch. Ich will die Lava wenigstens sehen. Öl. Ich baue mal noch die Öfen ab. Meine Werkbank. Jo. Wenn ich noch eine machen müssen. Okay, 30 Sekunden. Gut, dann haben wir die erste Folge schon mal relativ ordentlich überstanden. Essen könnte besser sein. Ich baue mich mal eben ein. Ich baue mich mal eben ein. Aber... Ja, passt schon. Richtig. Passt. Ist alles gut. Eben. Ich esse mich jetzt schon mal voll, damit ich dann in der nächsten Aufnahme voll bin. Ist eine gute Idee. Egal. Okay. So. Gut, das... Mach du einfach das Schusswort. Ist nicht so, dass du den Anfang schon gequatscht hast. Ne, ne. Ich bin raus an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Falls sich diese erste Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall auf eine positive Bewertung da. Schert bei ihr lieben Knorr vorbei. Abonniert mich. Folgt mir auf Twitter und Instagram. Und folgt mir auf Snapchat. Folgt mir einfach überall. Ich heiße überall Knorr. Moin. Knorr ist genauso wie alle Teilnehmer von Minecraft Rising 2 unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt gerne bei den ganzen Folgen mal vorbeischauen. Äh, nicht mehr eine Pause. Kategorisch ausgeschlossen. Das solltet ihr wissen, wenn ihr mich kennt. Gut. Ich würde sagen, bevor sich die Folge noch länger die Länge streckt. 16 Minuten. Ich liebe sie. Wow, ist ja richtig lang. Ich habe jetzt schon Bock auf den Upload. Nice. Alles klar. Ich würde sagen, haut rein. Ciao.